Tor 6 Simon Thiel von den Heilbronner Falken Nachdem Simon Thiel im Januar dieses Jahres fest von der U20 der Jungen Adler Mannheim zu den Falken wechselte, ist er auch in der kommenden Saison für Heilbronn eingeplant. Mal schauen, ob der 20-Jährige weitere so schöne Rückwandtreffer auf Lager hat, wie das Tor der Playoffs 2021.